Den Teil zur Hardwarebeschleinigung hatte ich jetzt mal rausgeschnitten, weil der ziemlich lang war und das sowieso nicht zum Thema des Referats gehörte. Da wurde nur gezeigt, dass der Internet Explorer unglaublich toll ist und super saubere Ergebnisse hat und schnell und so weiter. Aber ihr habt gesehen, Microsoft nutzt jetzt tatsächlich auch den ACET3-Test, um den eigenen Browser zu testen, was vollkommen neu ist, was Microsoft, glaube ich, davor nie gemacht hat. Sie haben davor immer nur gesagt, dass der ACET3-Test überhaupt nicht wichtig ist und überhaupt. Und sie wollen die ganzen CSS3-Selectors und Eigenschaften implementieren. Das wollte ich damit zeigen. Und jetzt kommt es noch besser, denn viele sagen ja, HTML5 wird sowieso nichts, weil solange der Internet Explorer nicht mitmacht, wird sich nie eine Technologie im Internet durchsetzen. Und deswegen möchte ich hier mal dieses Video zeigen. Interoperable HTML5-Markup, hugely important to us. We understand the pain, Web-Developers go through, kind of coding for one browser, then making it work in the others, or one other one in particular, and we kind of want to get rid of that pain. Das heißt, der Internet Explorer 9 wird sich tatsächlich auch an HTML5 halten. Und da ist auch das beschrieben, hat der Typ von Microsoft das gesagt, was ich eben auch nochmal versucht habe zu verdeutlichen, dass nämlich der Entwickler für die verschiedenen Browser ihre Seite optimieren und halt für one other one in particular, also für einen im Besonderen, die meiste Arbeit machen. Und das ist eben der Internet Explorer. Das heißt, Microsoft ist sich bewusst, dass der Internet Explorer im Grunde der schlechteste Browser überhaupt ist. Und ja, das wollte ich damit zeigen. Und es kommt noch besser, denn ja, seht es euch einfach mal an. I want to talk about one more thing. It's coming in an update to the Platform Preview. And so I'm going to show you an update to the Platform Preview. Wait to the machine to get ready. Here we go. And this is pointed at YouTube. And I'm going to go run it, and you'll see YouTube, and you'll see an HTML5 logo, and you'll see a video. Now, just to make the point, I'll right click, and you'll see no evidence of a plugin, and I could probably view the source. I don't think I'll do that right now. And for fun, let me refresh again, in case anyone missed the HTML5 logo up front. There it is. HTML5 video. Das heißt, der Internet Explorer 9 wird tatsächlich auch HTML5 Video und Audio unterstützen. Ich will das hier nochmal zusammenfassen. Also, Microsoft hat versprochen, vollständige oder zumindest beinahe vollständige Unterstützung für HTML5 inklusive Audio- und Video-Elemente. Denn das ist eine Sache, wo viele gesagt haben, man braucht gar nicht erst diese HTML5-Elemente einsetzen, weil der Internet Explorer das nicht kann. Das stimmt nicht mehr. Und CSS3, SVG, auch völlig neu. Da sage ich nochmal gleich zu was für all diejenigen, die nicht wissen, was SVG ist. Ja, deutlich schnelleres JavaScript, was wichtig ist, weil das Internet immer mehr Richtung Web-Apps geht. Also Webseiten, die im Grunde wie eigenständige Programme funktionieren. Und dafür ist es sehr wichtig, dass man schnelles JavaScript hat. Hardware-Beschleunigung und so weiter. Aber natürlich irgendwie, ich meine, es ist halt immer noch der Internet Explorer und es ist immer noch irgendwie Microsoft. Und eine Sache ist nicht drin und das ist das Canvas-Element. Da habe ich von Microsoft direkt zwar nichts erfahren, aber ich habe halt von anderen Seiten gesehen, gelesen, dass die das nicht implementieren. Was auch klar ist, denn die haben ja jetzt erst Silverlight eingeführt. Also diese Flash-Sache von Microsoft, um das Web von einem weiteren Plugin abhängig zu machen. Und da würde es nicht in die Politik passen, das Canvas-Element einzuführen, was ja das Ganze kann, ohne dass es proprietär ist. Aber okay, nochmal für diejenigen, die nicht wissen, was SVG ist. Und zwar ist es ja so, dass es im Grunde drei große Bildformate im Internet gibt. JPEG, GIF und PNG. Und das sind alles Rastergrafiken, also pixelbasierte Grafiken. Und gegenüber von Rastergrafiken sind ja die Vektorgrafiken, die es momentan noch nicht im Internet gibt. Aber es gab schon mal den Versuch, Vektorformate im Internet einzuführen. Und zwar wurden 1998 zwei Formate, zwei Vektorformate zur Standardisierung eingereicht. Einmal die Vector Markup Language von Microsoft und Macromedia. Und einmal die Precision Graphics Markup Language von Adobe, IBM, Netscape und Sun, PGML. So, das W3C hat keines der beiden Sprachen als Empfehlung übernommen, sondern hat sie vereinigt und weiterentwickelt. Im September 2001 haben sie die erste Empfehlung davon veröffentlicht, und zwar unter dem Namen Scalable Vector Graphics, also SVG. Die IT-Industrie hat diesen Standard auch akzeptiert und implementiert. Man kann SVGs in Firefox ansehen, in Safari, in Opera, in Google Chrome. Nur ein Browser hat natürlich da nicht mitgespielt. Microsoft wollte sich nicht an diesen neuen Standard halten, sondern wollte lieber am eigenen, hauseigenen VML festhalten. Und aus dem Grund war es natürlich für Webseitenbetreiber sinnlos, SVGs einzubinden, wenn die Mehrheit der Nutzer, denn der Internet Explorer hat ja den größten Marktanteil, die gar nicht hätten ansehen können und deswegen konnten sich Vektorgrafiken im Web nie durchsetzen. Und deswegen, weil der Internet Explorer 9 halt jetzt SVG kann und CSS 3 will und HTML 5 auch können will und so weiter, wird das wohl eine ganz große Sache. Die haben ja schon mit dem Internet Explorer 8 angefangen, diesen CSS 2.1 Standard zu implementieren. Und der Internet Explorer 8 war ja dann schließlich auch der erste Browser, der tatsächlich CSS 2.1 von vorn bis hinten unterstützte. Also, das, achso, ja, hier nochmal die Folien von dieser Präsentation Mixten, wo man nochmal sieht, was die alles machen wollen. Also, HTML 5 wollen sie machen, SVG, CSS 3 und so weiter. Also, die wollen, die haben sich wirklich so eine Liste gemacht, wo sie sich tatsächlich an Standards halten. So, das heißt, nochmal als Fazit. Mit dem Internet Explorer 8 hat Microsoft bereits angefangen, Webstandards und HTML 5 zu implementieren, aber der Internet Explorer 9 bringt das nochmal auf eine neue Stufe. Und dadurch wird es für Webentwickler sehr viel einfacher, Webseiten crossbrowserfähig zu erstellen. Ich meine, sie müssen sich immer noch an diese alten Versionen von Internet Explorer dranhängen, aber irgendwann sterben die auch aus und dann müssen sie das auch nicht mehr. Und Entwicklungen im Web werden dadurch wesentlich beschleunigt. Zum Beispiel die Sache mit der SVG, die schon 2001 standardisiert wurde, aber Vektorformate bis heute halt nicht im Web drin sind, weil der Internet Explorer da nicht mitgespielt hat. Das könnte sich jetzt endlich eventuell durchsetzen. Hier ist nochmal eine Seite von Microsoft, für alle, die mir immer noch nicht glauben, wo man halt sieht, dass Microsoft da tatsächlich vorhat, HTML 5 einzubinden und sich an den ACET 3 Test hält und CSS 3 und überhaupt. Das war es dazu. Finde ich, ist sehr wichtig und wieder zurück zu den CSS 3 Eigenschaften.